Oh mein Gott, das war die schwerste Challenge, die ich je gemacht habe. No joke. Das war eine Katastrophe. Er reitet einfach. Das war warum. Das ist sehr schlecht. Nicht alles gut, Chat. Okay, das war fair. Nein. Chat, ich bin tot. Das tut weh. Aber ja, wie wir das kennen, Chat, einmal getroffen werden, tot. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Kostan mit F. Mein Pferd ist weiß und wir werden davon nicht absteigen. Das ist die Challenge. In Bossräumen können wir nämlich mit diesem Pferd reiten. Wir werden absteigen, dann, wenn wir müssen. An Graces zum Beispiel müssen wir absteigen. Wir müssen, um in eine Tür reinzukommen, absteigen. Okay, aber wenn ich auf ein Pferd kann, dann gehe ich auf ein Pferd. So einfach ist es. Hallo, ich habe ein schönes, stetes Ross. Was für ein hässliches Ding. Guck dir mal an, Junge, wie ich aussehe. Ich würde sagen, bevor wir irgendetwas machen, gehen wir einmal ganz kurz hier rein, holen uns das Ding hier. Wie gesagt, ich kann ja vieles mit Pferd machen, aber ich kann so eine Tür nicht mit Pferd aufmachen. Deswegen einmal absteigen, das war's. Zweite Regel, die auf jeden Fall noch da ganz wichtig ist für, wenn ich vom Pferd geschmissen werde und mein Pferd stürmt, dann muss ich direkt wieder aufsteigen. Wenn mein Pferd tot ist und ich eine Flast benutzen muss, um aufzuwecken, mache ich das. Wenn ich das nicht mehr kann, sterbe ich automatisch sozusagen. Einen schönen Schimmel habe ich da. Ja, guck mal in meinen Keller. Ich habe keinen Keller, by the way. Wait a minute. Hier ist doch diese Wand und da soll man nicht durch können mit dem Pferd. Und er ist da einfach durchgelaufen. Ja! Los, rein mit dir! Wie geil ist das, Bro? Einfach überall durchreiten. Niemand kann mir was, Junge! Ja! Ich kann hier halt nicht rein mit Pferd, deswegen muss ich kurz absteigen. Hallo, Bofa! Hör mal, Bofa! So nicht. Oh mein Gott. Ich mache hier gar keinen Schaden! Au! Was macht der jetzt wohl? Er macht seinen Ultra-Angriff da. Digga, also der Angriff ist ja krass von ihm. Da kann ich gar nicht hin kommen. Mein schöner Schimmel-Chat. Okay, L2 knockt ihn so ein bisschen, glaube ich. Ja, 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 okay. L2-R2 ist es. Ja! Taktik gefunden! Oh nein! Nein! Ich kann ja... Oh! Also die L2-Treffen ist schwer für mich gerade. Weil das ist halt so ein Timing-Ding, richtig? Ja! Den ersten Fight gewonnen, Mann! Looten und Leveln! Das muss drin sein in dem Spiel. Auch mit öder Story und hässlicher Grafik für mich noch ein guter Deal. Ich will jetzt einmal den Sellier-Skip versuchen. Oder Sellier-Town-Skip. Noch nie gemacht, Chad. Es kann nicht funktionieren, aber es ist ein sehr, sehr schwerer Skip. Oh mein Gott, wie geht der denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Ich war sogar oben! Oh! Lass mich kurz probieren, noch. Oh mein Gott! Okay, es reicht mir. Ich habe hier schon keinen Bock mehr da drauf. Also der Schatz spart dir am Ende des Tages, nur hierher zu gehen, zu diesem Ding hier. Und das zu entzünden. Okay, es spart dir auch Weg. Ich glaube, im Idealfall spart das sowas wie 20 Sekunden, was natürlich jetzt nicht so viel ist. Boah, Junge, das ist ein kranker Skip. Aber es gibt auch selbst in der Bingo League, die Leute, die den machen, die können den auch nicht alle. Warum machst du Katzengeräusche? Das ist ein Pferd. Wann habe ich Katzengeräusche gemacht? Ein Banger-Meme. Erklärt mir bitte dieses Meme. Vielen Dank. Warum machst du Katzengeräusche, Bruder? Das ist ein Pferd. Ich kann das alles nicht mehr. Ich will erst mal den Kukri-Cheese probieren. So, kann Georg diesen Cheese? Ich habe ihn bei anderen gesehen, Chat. Das kann eine Katastrophe werden. Äh, lol. Warum so hoch? Hä? Ich habe nichts mehr zu werfen, ne? Okay, dann versuchen wir den anderen Cheese, I guess. Kann, meinst du, kann der vielleicht so runterfallen? Ich probiere das mal. Das klingt eigentlich ganz lustig, oder? Mach den Sprung, Junge! Er hat gar keine Ahnung, was er tun soll, Chat. Häftig fest, Chat. Er ist rausgehüpft, okay. So. Man soll so machen. Und jetzt... Also eigentlich muss man halt rausquitten, wenn er nicht den Angriff macht, den du brauchst. Aber ich kann nicht so schnell rausquitten, weil ich das nicht kann. Nope. Oh, ich bin rausgequittet! Ich bin der Schnellste. Kannst du mir nicht sagen, dass das... Also, ich meine, klar kann man so viel Pech haben, dass er das nicht die ganze Zeit macht, aber... Doch. Danke. Ja, Chat! Let's go! Cause this is how we do it! Luton's Level! Wait, warum hab ich das geholt? Ich kann niemals meine L2 benutzen. Ich hab den komplett unnötig getötet. Okay, also... Was ist der Vorteil davon? Das hier. Das ist schon... Du kannst halt... Und du haust viel schneller zu. Das ist doch nice, oder? Okay. Unser erster Main-Boss... Auf und fährt! Hä? Wie geil wär das? Wie geil wär das mit Blutung? Oh mein! Junge, die Reichweite hat er! Aua! Es funktioniert, Chat! Oh, aber es hat mich nicht verletzt, nur das Pferd, aber... Was halt auch nicht gut ist. Bro, also jetzt ohne Mist, mit Blutung würde der wahrscheinlich einfach umfallen. Okay, also das Problem an dem R2 ist, dass ich da nicht weg kann. Wenn ich das einmal indiziert habe. Das ist ein Schlag, der dann auch einfach sehr weh tut. Oh, der hat so gut getan gerade. Oh mein Gott! Ja! Weg mit dem Schutzgegner! Ah! Hauptsache nicht jetzt noch fallen, ne? Das würde weh tun. Ja! First Tryb-Mage, Junge! Wee! 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 Zack, zack, zack! Oh mein Gott! Godric only fährt! Let's go! Hallöchen! So, da halte ich einfach weg, Bro! Boah, wie geil! Oh mein Gott, wie geil das mit Blutung wäre, wirklich! Das Einzige, was ich sagen kann, ist, die R2, die ist halt super nützlich, was Stance-Damage angeht, ne? Oh mein Gott, das habe ich noch nie gesehen. Das haben wir alle noch nie gesehen. Macht der jetzt mal die Rolle? Ja, Mann. Erwischt mein Pferd ein bisschen. Aber ich mache sogar gelben Schaden gerade. Das ist wirklich alles super in Ordnung. Oh! Wir haben den so gedreht. Da siehst du, dass die, äh, die gar nicht darauf ausgelegt sind, dass du so um die laufen kannst. Oh mein Gott, war das einfach. Ohoho! Ja, Mann! Let's go! Ich bin der Plus-3-Waffe, Chad. So, äh, jetzt wird ein sehr, sehr harter Kampf sein. Sag ich jetzt sofort. Jetzt kommt Eleonora. Achso, ah, Chad! Ich kann nicht aufsteigen. Du kannst bei Invasions nicht, ähm, auf dem Pferd kämpfen. Das geht leider nicht. Kann ich, wenn ich weiter weggehe oder so vielleicht? Ich weiß es nicht. Nein, ich kann nichts machen. Laut meinen Regeln darf ich jetzt eigentlich das Ding nicht haben, weil ich nicht kämpfen darf ohne Pferd. Ah, kann man den vielleicht irgendwie so runterjagen, wenn der hierher kommt? Mal sehen. Cheese finde ich in Ordnung. Solange ich nicht zuschlage. Oh. Digga, rot. Wer ist sie? Ich meine, es funktioniert. Ja. Ja! Yes! Yes, Baby! Oh mein Gott! Ja! Was? Wie gesagt, ich möchte die Great Stars gerade benutzen. Die müsste ich doch mit zwei Händen führen können. Ja, kann ich auch. Gucken wir uns das Moveset mal an. Oh, das ist fantastisch. Oh, guck dir mal dieses... Ah, das gefällt mir richtig gut. Oh, plus 14, Chat. Oh, das ist guter Schaden. Oh, ich denke mal, der kann... Ähm... Oh, voll in die Fresse! Reposten können wir offensichtlich nicht. Aber halt, auf einmal ist unsere Waffe ganz schön nice, oder? Juhu! Alter, ging das schnell! Das war ja nicht mal ein Umweg! Geil! Oh, come on! Ernsthaft, alle kurz weggucken? Ich hätte ja gesagt, wenn ich irgendwie... Achso, ach, auf diesem Lift kann man das gerade jetzt nicht machen. Wenn ich eine Leiter nicht hoch kann oder so, dann gehe ich natürlich. Machen wir so. Okay, das könnte eine Katastrophe werden, der Kampf. Bin ich jetzt auch ganz ehrlich. Wobei, der hält ja nicht viel aus. Aber er ist sehr flexibel und so, ne? Okay, er kann mir nicht entkommen. Normalerweise kann der halt immer weglaufen. Oh, Gott sei Dank. Okay, das war ein überraschend einfacher Kampf. Der hatte ja gar keine Chance, ne? Fuck yeah! Bam! Oh, die Blutung. Ja, Wohndram! Leck mal der Eier! Befriedigung pur. Ab in den Kampfjet. Könnt ihr mir vorstellen, dass das jetzt relativ schnell gehen könnte? Nope. Einfach hier über den Reiten. Ja. Das ist schnell! Alright, let's go. Müsste auch noch ein Bleed kommen. Ich denke aber, okay, sieht nicht nach einem Mal aus. Nein, das schaffe ich nicht in einem Mal. Okay, ich meine, ist okay. Meine Schlaggeschwindigkeit ist wirklich langsam. Ich glaube, das Spiel rechnet nicht damit, dass ich auf einem Pferd sitze. Nein, ich bin nicht abgestiegen. Oh! Weil ich gesprungen bin! Oh mein Gott! Also, das kannst du niemandem erzählen, dass das funktioniert hat. Alter, wie gut war das denn von dir? Das kannst du niemandem erzählen. Oh! Ich habe sie gerade aus dem Mond rausgeekelt. Oh! Wie einfach war das? Habt ihr das gesehen? Ich war... Ich bin unter der Erde gespawnt. Ich vermute, dass mein Charakter immer auf der Erde spawnt und dann wäre mein Pferd drunter. Aber mit meinem Pferd zusammen bin ich ja eine... weiß ich nicht... eine Figur in dem Spiel. Das heißt, dann falle ich durch die Erde durch oder so. Und dadurch, ich bin einfach zufällig gesprungen. Ist das geil gewesen. Und ich glaube, dass halt... Weil ich bin nach dem Übergang auch in der Sprungbewegung gewesen. Komm her! Oh! Nicht gesehen, was er macht irgendwie. Okay. Digga! Okay, das war jetzt irgendwie komisch. Ich mag es nicht, dass er da in der Ecke ist. Oh! Was soll es denn dagegen machen? Ja, natürlich. Ah, das ist meine Schuld. Schade. Das ist krass, weil du vom Pferd gehauen wirst, bist du tot. Das ist so immer wieder so. Also, sehr oft so. Ich bin jetzt nicht gestorben, aber mein Pferd hat trotzdem Schaden genommen. So geht's, ich glaube. Boah, ich bin an seinem Pferd hängen geblieben. Das ist auch nicht hinter. Boah, also sobald er seine Face Transition hat, ist der krass stark. Ah, Digga, ich... Ich bin nicht mal weit weg. Let's go. Erstmal der Trick, du musst, ähm, quasi, von mir aus gesehen, links an ihm vorbeireiten. Und wirklich auch weiterreiten. Weil dadurch hat er, weil er, er aimt dir ja die ganze Zeit perfekt hinterher. Und erst, wenn du das gemacht hast, in dem letzten Moment, wo er zuschlägt, macht er nicht mehr den kompletten Dreher zu Ende. Aber das war schon sehr, sehr hart gerade, ne? Das war bisher der schwierigste Kampf mit Abstand. Aber jetzt kommt das Schönste in diesem ganzen Spiel, was wir erleben werden. Und zwar werden wir durch Lainville Capital mit dem Pferd reiten. Das ist etwas, was ich mir schon immer gewünscht habe. Ich habe immer geguckt, ob es dafür irgendeine Patch gibt oder so. Weil ich immer gedacht habe, das ist das viel zu größte Gebiet. Und vor allen Dingen, wenn man dann fertig mit Morgoth ist, das dauert zu lange. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt die Möglichkeit haben. Äh. Please. Oh mein Gott. Ihr wisst nicht, hier geht gerade ein Traum für mich in Erfüllung. Lainville fucking Capital endlich mitfährt. Oh, das tut so gut gerade. Unsere Waffe ist jetzt aber a little bit underleveled. Schauen wir mal, wie gut das klappt. Ich habe aber, also Godric, äh, Godfrey, ja gut, whatever, da kriege ich glaube ich hin. Aber Morgoth macht mir sehr viel Angst. Oh mein Gott, der one-shottet mein Pferd. Es ist nicht tot, aber ich werde automatisch runtergeschmissen. Alter, Kämpfen, Nahkämpfe vom Pferd, ey. Holy Mowley-Chat. Okay, äh, habe ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Okay. Ich leide Qualen-Chat. Ich leide glorose Qualen. Ist einfach so ein Zufalls-Ding, ob ich, äh, einen, also ob ich abgetroffen werde oder nicht. Oder? Nein, ich war einfach so fix und ich tue, Digga. Er schlägt auf mich ein und ich komme einfach nicht weg, ne? Nein, gegen Godfrey gestorben. Ui, 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 Digga. Aber ich komme, also so, wenn ich das so betrachte, ich glaube, so kriegen wir das hin. Ne, so, plötzlich ist das gar nicht so schön. Man muss sich einfach nur, äh, raussuchen. Man darf nicht zu weit weg bei ihm, weil er sonst Angriffe macht, die man nicht so sehr gerne sieht. Da, da war das Problem, dass ich leider nicht rechts an ihm vorbeireiten konnte. Weil er zu nah an der Wand war. Der war schön. Der war schön. Da war ein schön aufgeladener R2-Chat. Ey, dann ist einfach Elden Ring oder Souls Games. Äh, man muss schlau spielen. Da habe ich gedacht, ich könnte irgendwie, wenn ich renne, an dem Angriff vorbei, aber war falsch. Man kann natürlich auch einfach diesen Angriff die ganze Zeit ausnutzen, ne? Aber, kommt einfach, wie einfach das jetzt im Verhältnis war. Eben so gestruggled und jetzt, bam, Junge. Woo! Baby! Ich stelle mir vor, dass Morgoth jetzt wirklich sehr, sehr schwer wird. Außer wir finden wieder irgendwie eine schnelle Taktik. Ich zweifle dran. Unsere Waffe leider ein bisschen underlevelt, wenn ich so sagen darf. Ah, stimmt, aber Morgoth kann Eis und Blut abkriegen. Wait. Nein! Man kann nicht drüber. Das hat Morgoth auch noch nie gesehen. Da kommt so ein scheiß Tarnischt und steigt einfach aus dem... Ah! Komm mal runter, Junge. Ist okay. Ich muss halt rausfinden, wie ich gegen ihn kämpfe, ne? Ich versuche gerade ein paar R2s. Ich glaube auch, da bei dem eher rechts vorbei, ne? Was machst du dagegen? Das war schön. Das könnte mein Tod sein. Ja. Okay. Das sieht voll machbar aus bisher, ne? Ich krieg den gleich. Chen. Problem, 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 Problem. Oh, oh. Da war jetzt gar nichts zu holen. Oh, falsche Tasse. Wer ist das hier, natürlich? Da war jetzt gar nichts zu holen, ne? Schön. Wer hätte gedacht, dass Morgoth einfacher wird als Godric für mich? Diesmal bin ich auf den Zug geritten, war jetzt aber schwierig. Oh, das ist ja ganz böse Angriff, der bei dem echt nicht sein will. Und tschüss. Hey. 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 Ja, man. Morgoth, second try. Also, die Arena hat es halt möglich gemacht, ne? Man konnte einfach die ganze Zeit woanders hin. und er ist so, oh, ich mach jetzt den schlimmsten Angriff den du je gesehen hast und ich bin nur so, hä? Wie bitte? Ich bin ganz schön weit weg, Bruder. Wer mal auch echt hat keine Aufwertung. Als ob. Das hab ich, glaube ich, noch nie gehabt, oder? Dass er dann einfach losgeht. Schaden ist schrecklich. Alter, hä? Warum kriegen wir seine Fessel nicht ab? Krass. Wir müssen aufpassen. Wir müssen eigentlich... Oh mein Gott, warum rollt der denn immer zu mir? Man muss den Platz lassen. Ansonsten geht der nie in seine nächste Phase und du kannst ihn nie wieder angreifen. Boah, er war knapp, ey. Let's get away. Junge, Junge, Junge. Okay. Ja, jetzt wird's... Ich glaube, es könnte sehr lange dauern. Ich hab ein bisschen Angst, wenn der mich überrollt auf dem Pferd, könnte das sehr, sehr schlimm werden. Wir haben den genockt. Ich hätte auf jeden Fall aufs Arger einschlagen können, ne? Schöner Frostprog. Noch ein Bleedprog irgendwann und wir sind richtig gut schichert. Ich nehm auch keinen Bleedprog. Ich hau den auch so tot. Halt und geh, fuck. Und tot. First try. Dankeschön dafür. Also ich hab schon viele Sachen bei Fire Giant in meinem Leben getan, aber Only of Horse hab ich auch noch nicht probiert gehabt. Obwohl das ja auch schon vorher möglich ist. Let's go. So. Und ab jetzt, weil, also das war ja jetzt alles so, ja, ich mein, ernsthaft, du bist zu Fire Giant und hast ihn nur auf dem Pferd besiegt? Ui. Jetzt wird es keinen einzigen Gegner mehr geben, den wir eigentlich auf dem Pferd angreifen könnten. Und jetzt kommt Godskin Duo. Und ich habe scheiße Angst. Einen wunderschönen guten Tag, meine Godskin Duo retten. 266 Schaden, Shad. Fühl ich jetzt nicht. Okay. Also das fand ich jetzt ein bisschen gemein, wie der sich da gedreht hat. Oder mich? Nein, können wir nicht. Bro, er hat sich so um 180 Grad gedreht und mir gegeben. Ähm, okay. Warum hat der mich einfach... Mein Pferd ist von einem Schlag gestorben? Können wir einen Mod installieren, dass das Pferd vielleicht nicht so ein fucking Lappen ist? Nein, ich kann nicht. Boah, habe ich Bock, dass Godskin Duo noch unfairer ist als sonst? Oh, habe ich da Bock drauf? Gut, ich denke mal, also wegreiten wird halt auf jeden Fall möglich sein. Nein, wird nicht möglich sein. Er ist schneller als ich. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Er ist schneller als mein Pferd. Holy shit, der Kampf. Nee, nee, komm. Reicht mir jetzt schon. Falls es geht, würde ich sehr, sehr gerne die einschläfern. Wenn wir Glück haben, könnte ich die einschläfern mit einem. Also beide mit einem. Das ist der hintergeworfen? Okay, jetzt. Okay, er schlägt. Er weitert einfach. So, warum? Okay, das ist jetzt schlecht. Oh, habe ich da Bock drauf. Schön, es geht. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wenn er jetzt den Übergang macht. Okay, das war nicht der Plan. Ich habe extra nur eine A1 gemacht. Okay. We try. Ich trabe einfach nur hinterher. Es geht. Okay, ah, ich habe... Okay. Mein Fehler war es immer, dass ich beschleunigt habe, weil ich dachte, ich müsste schnell sein. Okay, cool. Dann, ehrlich gesagt, dann haben wir das gleich. Okay. Mich nicht drüber reden. Da hat der Typ an mich wieder aus der Luft geballert, sozusagen. Der wollte gerade wieder springen. Ja, der ist halt squishy as fucken, aber den zu treffen überhaupt. Okay. Vielleicht gut, dass wir den nicht in die zweite Phase bekommen haben. Ich bin jetzt trotzdem ganz schön im Verhältnis confident geworden. Puh, Baby. Okay, wir sind jetzt wieder in dem Bereich, wo wir eben waren. Ich kann noch hoffen, dass der andere mich in Ruhe lässt. Äh, macht er nicht. Let's go, Chad. Let's go! Der hat den so weggedrängt, dass ich nicht zu ihm kam. Oh, oh. Okay. Äh, ich versuche mich wieder auf Noble zu konzentrieren. Okay. Und er hat gerade keinen Bleed Frog und so. Aktiv. Chad, ich... Ey, ey, ey. Das darf der ran, oder? Oh mein Gott. Beide getroffen auch. Let's go. Ja, Mann! Was für lange, Junge! Das immer! Das immer, ich hab's verstanden. Aber wie schlimm war dieser Fight? Ich konnte einfach gewonshotted werden von dieser einen Attacke. Oh mein Gott, ja! Das war wunderschön. Oh, Junge. Guck dir mal das Pferd an. Guck dir die süßen Ohren an. Bei uns stehen jetzt hier noch ein paar sehr, sehr heftige Gegner vor uns. Wie zum Beispiel der gute, äh... Beast Clergyman. Aka Malekiv. Und wir haben halt keine Möglichkeit, uns aufzupowern, ne? Also ja, theoretisch gesehen könnte ich, äh... irgendwie was in meinen Trank mixen. Aber ich wüsste da auch gar nicht was. Okay, er war weiter weg, als ich dachte. Sein Shotgun-Schuss könnte ein Problem sein, ne? Schadenstechnisch mehr als gut. Aber ich vermute mal, wenn er trifft, dann tut das auch richtig weh. Alter, der hat ja... Sein AIM geht überhaupt nicht mit Pferd, klar, ne? Guck mal, der versteht gar nichts. Sein AIM versteht... Also wirklich... Oh nein. Oh, jetzt haben wir wieder so ein... Mal sehen, wir sterben einfach. No, tatsächlich nicht. Nein, falsch rum. Mal sehen. Ja, das... Hätte man sich denken können, ne? Dass er mit dem Angriff einfach trifft. Nicht alles gut, Chat. Okay, da... First... Nicht try. Schade. Er trifft dich beim ersten Mal. Das war's. Boah, tot. Ja, meine Schuld. Was? Ich hatte ganz schön viel Leben, ne? Oh, schade, Chat. Wenn du reitest und getroffen wirst, dann... kriegst du immer so einen kleinen Stagger. Das kannst du... Da kannst du auch nichts machen. Und dieser Stagger dauert ja auch wirklich lange. Also er unterbricht nicht irgendwie eine Attacke von mir, sondern ich liege dann einmal ganz kurz, äh... Mache ganz kurz einen Stopp. So für eine Sekunde wirklich. Das dauert schon lange. Und in der Zeit kannst du nichts machen. Du kannst nicht absteigen, du kannst nicht springen, du kannst nicht laufen, du kannst nichts machen. Und, äh... Wenn der in der Zeit dich nochmal trifft, dann kommt die Animation nochmal. Und so stirbt man einfach ständig die ganze Zeit durch. Sehr schön. Okay. Ich muss einfach anmerken, dass die, äh... Heavy-Attacks viel, viel stärker sind. Punkt. Okay, das war Fehler. Ich weiß nicht, warum ich nicht gesprungen bin. Ich hab einfach den Fehler gemacht, nicht zu springen. Versuch mal, voll trall drauf zu gehen hier. Hab oft genug versucht, äh... Schlau zu spielen. Ah, genau. Nein! Ich dachte, das sei weit genug weg. Ich spiel jetzt ein bisschen betrügerisch und, äh... Steige nicht immer sofort aufs Pferd auf. Weil es mich übertrieben abfuckt. Boah, Alter, diese Animation, ne? Die macht mich fertig, ey. Einfach wegreiten. Einfach wegreiten. Okay, letzte Heilung gewesen. Nein! Dass mich das trifft. Oh mein Gott. Ja! Man muss... Ey, der hat einfach drauf. Ah! Ah! Also ja, die R2 ist es. Oh! Junge, ich kann das alles nicht mehr. Ich hab gelitten, hab ich. Ich glaub, ne Stunde haben wir für den gebraucht, oder? Shit. Der war schrecklich unfair. Rein zu Gideon. Ich hab halt nix zum Buffen. Ich kann nur auf ihn einschlagen, Chad. Ich sag dir ganz ehrlich, was ich jetzt mache. Ich mache er einsen auf ihn. Und das war's. Digga, ich hab keine Ausdauer. Was trifft mich da grad? Die Dinger, ne? Oh mein Gott. Nein, die Dinger treffen einfach. Chad, wir haben ein Problem. Es ist Gideon selber... Digga, du kannst nichts gegen... Das Schlimmste sind tatsächlich diese scheiß Dinger hier. Die hier. Weil ich kann dadurch nicht an ihn ran. Oh mein Gott. Er kann nach oben schießen. Was? Was genau hat mich da gerade erwischt? Wieder so ein blaues Scheißding wahrscheinlich, ne? Kann Katsubu da rauskommen? Okay, dir. Okay, das war fair. Weil, ähm... Also, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Aber ich bin gerade in die Richtung gelaufen. Und die Dinger haben mich trotzdem einfach getroffen. Nice. So ein Bastard, ne? Könnte ich erinnern, als wir kurz gedacht haben, hell, es könnte was sein. Der ist zu diesem Scheiß, ähm... Hier pillern gegangen. Und die... Die haben nicht... Da kann ich nichts machen. Come on. Nein. 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 Ja, Gideon, du Stück Scheiße! Aus dem Nichts! Huuuuh, Baby! Er hatte wohl Mitleid, ich glaube auch. Meinst du, wir können diesmal drüber springen? Nein. Alright, das könnte... Ah, ich stelle mir das eigentlich ganz gut vor. Mal sehen. Mal sehen. Ah, okay, da muss ich springen. Nein, guck, jetzt... Ich kann nichts machen, die ganze Zeit. Wenn er mich treffen würde, würde ich auch Schaden kassieren. Das heißt, normalerweise stirbt man so einfach. Oh, er macht noch nicht. Okay, boah, er hat sehr viel Leben. Oh, nein. Es könnte sein, dass wir gleich immer springen müssen oder so, wenn da seine Attacke gemacht wird mit dem Fuß. Oh, sorry, da fand ich aber nicht, dass er drin war. Oh, oh. Jo, hab ich mir gedacht. Wir haben ein Problem. Okay, Gott sei Dank hat er das so gewinkelt, dass ich weg konnte. Okay. Boah, Gideon hat so viel... Gideon, du... Äh, Godfrey hat so viel Leben, ne? Und da war das... Ich liege auf dem Boden, kann nichts machen. Er tötet mich einfach. Shit, Mann. Ich wollte ihm halt Schaden machen, während er noch nicht in dieser Phase ist. Aber, ja, hat ihn offensichtlich nicht interessiert. Ich kann nicht mal weg von ihm dann. Egal, wie fucking geil ich bin und so, ne? Er ist so schnell an mich ran, auch immer. Okay, ultimative Geduld. Los. Keine Sorge, mich nervt das auch, was ich gerade hier sehe. Hi, hi. Hui. Hui. Ey, diese KI gerade, ne? Aber er macht es irgendwie maximal viermal gerade. Hui. Hui. Drei. Okay, er hat den anderen Schlag vorher vier gemacht. Alter, Chad. Die Taktik ist da. Hahaha. Man muss halt Geduld haben. Siebenmal hintereinander. Achtmal. Neunmal. Zehnmal. Hilfmal. Oh. Ja, ich hab den hier geschlagen. Ja. Oh, das ist Peak Gameplay hier. Eins. Ui. Ja, Horalu, Junge. Mal sehen. Guck mal, er spammt halt nicht nur eine Attacke. Das ist so eine Befriedigung gerade. Oh, shit. Irgendwie hab ich nicht erwartet, dass er da, dass er springen muss. Oh, fuck. Nein. Wait, warum war denn jetzt beides? Was? Jetzt waren die Steine und seine scheiß Schockwelle. Ich hab nicht gedacht, dass das beides kommt. Schade, Chad. Aber gut, komm, kriegen wir jetzt hin. Wichtig. Okay, das fand ich jetzt wirklich sehr, sehr unfair, wie ich dann nicht mehr da wegkam. Aber alles gut. Ist das jetzt, äh, der Übergang gewesen? Das ist der Übergang. Okay, jetzt macht er mit seinen Schritten auch das Scheißding. Das heißt, ich muss dann jedes Mal springen. Genau. Ah. Ich bin so ein Idiot, dass ich das jetzt nicht gemerkt hatte. Ja. Das, also wirklich. Und das hätte ich beim ersten Mal geschafft, wenn ich das nicht vergessen hätte. Da rennen wir nicht rein. Keine Ahnung, was er da macht, ne? Schöner Treffer. Oh mein Gott, das war die Herausforderung meines Lebens. Wie schwer war das? Und jetzt wird es nur schlimmer. Ne, also ich glaube ehrlich, ähm, Eldenbeast wird einfach damit. Oh mein Gott, ist das schwer zu erkennen. Pferd war tot. Und ich. Ich kann nichts machen die ganze Zeit. Oh mein Gott, gerade Gott, eine Katastrophe. Da ist es er. Come on. 4 Flasks. Guter Schaden. Das, sowas hat mich noch nie getroffen. Oh, ich finde, warum ist das schneller als sonst? Das hat mich noch nie getroffen da hinten, ne? Aber plötzlich. Oh. Äh, ich kann nämlich ausweichen. Das ist zu hoch. Okay. Ich, äh, äh, habe mich getäuscht. Eldenbeast wird eine Katastrophe. Ich kann diesen Angriff, ich kann die Angriffe nicht überspringen. Ich habe mit diesen Angriffen gerechnet. Na, ich hatte die im Kopf. Ich kenne die Angriffe von Eldenbeast. Ich dachte, ich könnte drüber springen. Die sind zu hoch. Äh, wir sehen uns morgen wieder, ne? Ja. Genau, ich bin bisher nicht gestorben, weil Tränke fehlen. Das muss man ja einfach so sagen, ne? Perfekt. Den Angriff, den habe ich am aller, aller liebsten. Man könnte, man könnte meinen, äh, es gibt Sinn, warum ich den mag. Das, äh, ich wollte nicht erwischt werden. Das Timing von dem, äh, da ist es mal, Entschuldigung. Das Timing von dem Springen und dann angreifen können, ist ein bisschen knapper, als ich gerne hätte. Ich versuche, ähm, das ist der einzige Angriff, wo ich mir auf jeden Fall zutraue. Ja. Ist der einzige Angriff, wo ich mir zutraue, einen voll aufgeladenen Angriff zu machen. Ja, wenn er, wenn er diesen Angriff macht, dann kannst du leider nicht einmal ausweichen. Auch gar nicht. Das war's, ne? Ja. Aber wenn er mich damit treffen würde, ey. Das ist so eine ekelhafte Attacke, ja. Von ihm. Okay, also wir haben auf jeden Fall einen freien Treffer. Tötet ihn. Ich muss absteigen, Chat. Ich weiß, ich habe keine Heilung. Wir können nur darauf hoffen, dass er nicht diese eine Attacke macht. Elden Beast kann mich immer töten. Mit einer Attacke und zwar mit diesem Schwert, äh, Heap. Den kann ich nicht ausweichen. Okay, ich muss aufpassen. Ich will nicht, äh, an die Flammen kommen. Scheiße, Digga. Das erste Wasser... Warum denn eigentlich? Das, also, die Attacke, der kann man nicht ausweichen und man stirbt garantiert. Alter. Okay, die verfolgen einfach... Mich trotzdem, ne? Okay, holy shit. Die sind da jetzt einfach... Nein. Ich kann nichts machen, Chat. Wir sind tot. Ist okay. Wir haben einen guten Try gehabt. Äh, boah, hätten wir den jetzt gerade genockt, ne? Dann wäre alles gut gewesen. Der darf nur nicht diese eine Attacke machen. Da ist Elden Stars. Ich muss immer zu ihm hinreiten. Das ist die einzige Option. Müsse eigentlich bald genockt werden, wenn ich schätze. Oh mein Gott. Ernsthaft? Das sah gar nicht so scheiße aus. Schade, wir hätten den eigentlich gerade fast, äh... Mann, ernsthaft? Wir hätten den eigentlich gerade fast gehabt. Jetzt nochmal so ein Frostbite, ne? Richtig. Alter, dass wir diesem Angriff jetzt immer wieder entkommen sind. Okay, das war jetzt wirklich sehr unglücklich, dass ich vorbeigekommen bin. Na, schade für uns, ne? Noch leb ich, aber ich bin ehrlich... Daran glauben du mich jetzt nicht mehr. Okay, wir sind wieder. Ja, lässt dich töten. Okay. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Sehr schwer, überhaupt zu sehen, was passiert. Uh. Okay. Aus dem Ding, also aus seinem Verschwinden geschlagen. Ich werde nicht vergessen, leider hat er jetzt eine Attacke, die ich nicht abwehren kann. Okay. Also er kann diese eine Attacke mit dem Schwert machen, die... Der sterbe ich tatsächlich einfach, wenn die passiert. So automatisch. Wird hier erscheinen. Müsse. Okay. Damit kann ich sehr gut denken. Oh oh. Immer wenn er so weit weg ist, habe ich Angst. Ich treffe sehr... Relativ hoffentlich, würde ich sagen. Oh mein Gott. Versuch ihn zu noch. Oh mein Gott. Hat der es abbekommen? Ich... Oh, er hat Ends das nicht rausbekommen. Perfekt gelaufen eigentlich. Also, ich würde sagen, viel optimaler kann es eigentlich nicht laufen. Jetzt muss ich das auch nutzen. Okay. Triple... Triple Rings. Perfekt. Perfekt. Oh Gott. Guck mal, Baby. Ich bin so aufgeregt gerade. Ja. BAM! Junge! Oh, Baby! Oh, wie... Dass wir ihn aus Elden Stars gehauen haben, war so geil! Oh! Oh mein Gott, das war die schwerste Challenge, die ich je gemacht habe. No joke. Das war eine Katastrophe. BAM! Alright, Shadnos, bleibt nur noch eins übrig. Ab zu Malenia. Ich kriege einen Weltrekord. Ja gut, also... Wenn ich Malenia schaffe, wäre das natürlich der Erste, der das jemals schafft. Das stimmt schon. Wir könnten die Ersten sein, die jemals Malenia mit Pferd schaffen. Der Einzige, der sonst ein Video hochgeladen hat, der hat das nicht geschafft. Gibt noch einen anderen, der mit Pferd gespielt hat, aber der hatte immer einen Kollegen dabei. Das ist ja wohl irrelevant dann. Vor allen Dingen, der Kollege war ohne Pferd. Alright, ma fricken Lenia. Was wird wohl passieren? Ich bin sehr gespannt. Eine Sache kann ich, glaube ich, garantieren. Ich glaube, wir können einfach weglaufen von ihrer Spezialattacke. Oh je, was mache ich da? Was mache ich da? Ne, es werden keine unvorsehbaren Dinge passieren. Oh mein Gott, ey, ganz ruhig. Fuck you, Malenia. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Wow. Okay. What the fuck ist mit dem letzten Ding? Okay, aber es wird irgendwas noch kommen, was die unmöglich schwer macht, oder? Die Phantombilder oder so eine Scheiße. Digga, äh, Malenia Pushover plötzlich. Digga, die hat mich noch nicht einmal getroffen. Außer halt mit dem unfairen Ding da. Wir haben erste Phase ohne getroffen. Ja, aber... Nein, wir sind abgestiegen. Nein. Oh, Chad. Ich bin tot. Ach, Mann. Ich habe vergessen, was passiert. Ich wollte aufsteigen, aufs Pferd bin abgestiegen. Das tut weh. Aber ja, wie wir es kennen, Chat, einmal getroffen werden, tot. Phase 2 einfach, aber das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ich habe einfach mich verspielt, weil ich vergessen habe, dass ich nicht aufs Pferd steigen muss. Das war noch von Eldenbeast. Das war noch von Eldenbeast, Chat. Ist das geil. Komm, mach dein Scheißding. Wir wissen alle, du willst es machen. Ja, die erwischt mich damit einmal immer. Das ist lustig eigentlich. Ui, das erste Mal eine normale Attacke connected. Aber ich habe auch nicht weggelaufen. Mal sehen, war dumm. Oh, ja! Ey, come on. Aber du überlebst mit einem Papier. Okay, jetzt. Nicht absteigen. Weglaufen einfach. Perfekt. Guck mal, so einfach kann es sein, Chat. Jetzt wird es spannend, ne? Was gibt sie mir, was wird sie mir jetzt rein ficken? Wenn sie jetzt halt sowas wie, äh, ja. Guck dir das mal an. Okay, das ist, oh, die Reichweite plötzlich gewesen gerade. Okay, was hätte ich da machen sollen? Meine Kamera. Ich hätte die Kamera wegmachen sollen. Das ist die Wahrheit. Okay, sie springt jetzt auf jeden Fall öfter hoch. Aber noch nichts, was wir nicht schaffen können. Okay, jetzt macht sie das auch wieder. Oh mein Gott. Okay, davor habe ich mehr Angst. Aber ich schätze mal, wir können einfach weglaufen. Ja, können wir auch. Blödsinn. Sie ist jetzt schon eine freche Dame. Also jetzt, jetzt hat sie gerade wirklich mir einfach keine Chance mehr gelassen zu attackieren, ha? Okay, Chat, wir haben ein Problem. Sie ist nah dran. Okay, also jetzt macht sie keine Scheiße hier. Sie ist nicht passiv genug, ne? Wir haben noch keinen einzigen, äh, äh, Icepog oder so. Okay, habe nichts gesagt. Da ist der Icepog. Wieder einfach. Lieber schlau spielen. Sag ich sofort. Lieber schlau spielen. Oh nein. Ich würde es damit wie immer kriegen. Okay. Ich könnte vielleicht die Kamera ausmachen, ey, weil ich fange an, halt in eine andere Richtung zu laufen. Äh, dabei will ich ja trotzdem einfach nur weglaufen. Aber lustig, ähm, ist, ist die Annahme korrekt, dass sie in der zweiten Phase weiter fliegt? Es kommt einfach vorne. Das ist natürlich fantastisch. Da sage ich nix. Ja, perfekt, Digga. Einfach verfehlt. Ich halbe mich jetzt tatsächlich nicht mehr, weil meine Heilung wenig wird. Schadenstechnisch ist das nicht gerade besonders, was wir hier machen, na? Okay. Boah, Junge, also da geht gar nichts mehr langsam bei ihr. Mit diesem Angriff. Junge, Junge, Junge. Die heilt sich halt leider deswegen. Was mich am meisten ärgert. Wir nocken sie gar nicht mehr, weil ich nicht schnell genug attackiere. Perfekt, Schade. Angesprochen, jetzt weg mit der, weg mit der, weg mit der. Weg mit der! Und tschüss. Nein! Oh mein Gott, der perfekte Ausweich-Trick. Malenia, second try! Radagon war ein... Wie hat er die nicht bekannt? The true lord. Ja, Mann! Words first, words first. Noch nie hat jemand Malenia Auli auf dem Pferd geschlagen. Und das ist lustig, weil das war sehr einfach. Also...